Das wäre auch noch so ein richtig geiler World of Tanks Clan. Los Bolos Hermanos. Das ist ein Freizeitprojekt von Doxon, ja klar. Welcher? S4TDD. Der ist ein Freizeitprojekt von irgendwem oder was? Doxon, bleibst du das. Ah, ich weiss nicht. Fühlt sich mit seinem Stream nicht ausgelastet oder ich weiss nicht. Ah, okay. Garmes Rudel kenn ich gar nicht. So. Ach so, genau. Zur Map-Taktik, mehr oder minder. Hier würde ich nur langfahren, wenn ihr auch wirklich was scouten wollt. Jetzt a trap. Ansonsten würde ich hier nicht außen innen lang crossen, weil es kann immer irgendwas mal schon mal aufschießen. Das ist nicht so geil. Was soll uns denn hier gespottet haben? Da ist ein Scout hier, ziemlich sicher. Da ist wahrscheinlich straight runtergefahren in den Buschstart und hat gebalanced. Ach so. Ja. Ja. Grasse Mango Scheiße. Dann habe ich auch keine Ahnung, was uns da gespottet hat. Vielleicht der E50, der hat schon ziemlich viel Sichtweite. Ja, 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 der hat uns ausgespottet. So, da hat die keine Ahnung, fahre ich hier direkt in die Todesspalte. Ja, ja, ja. Ja, Gott, ja, ne? Das ist krass, oder? Ich weiß gar nicht. Wann habe ich das letzte Mal so lange gestreamt, ey? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so lange gestreamt habe. Ich habe hier echt den Ausraster-Stream am Laufen. Oh, ich darf kein Damage machen. Hast du den überhaupt getroffen? Ne, ich habe den Boden. Naja, der Boden, der hat es auch verdient, der Arsch. Ich werde mal hier unten den Tiger P rausfrühstücken. Ja. Habe ich jetzt auch. Ich habe gehört, der will es genießen. Oh, wenn wir beide da hinfahren, ist das natürlich beschissen. Weil jetzt nämlich Los Hermanos E5-Zius Maximus Retardos. Oh, das war eine Chairoll. So. Jetzt stehen die hier alle vorne, weil wir hier vorne hingefahren sind, oder was? Ja, liegt ganz klar. Oh, der ist getrackt, top. Okay. Keine. Oh, ich wüsste es. Weißt du, das ist wieder so ein Bot-Haufen, Mann. Wir passen nicht darauf auf, dass so ein T-30 nicht rausfahren kann, wie der letzte Hank. Der fährt da einfach raus. Aber dafür darf ich auch einfach rausfahren. Ey, Mann, ist das lächerlich, Mann. Fuck auf, Alter. Was soll denn das für eine Scheiße? Hat der APCR drin, oder was? Wo schießt der mir denn durch? Ist das lächerlich, oder ist das lächerlich? Ey, Mann, ganz ehrlich. T-30, bad R&D, ey. Das ist unfassbar, Mann. Der hat ein R&D aus der Hölle. Ja, wie krieg ich es denn jetzt von hinten? Ach, wenn unser Team wieder scheiße ist. Komm, komm, zurück, zurück. Einfach zurückfahren. Ja, super. Jetzt hat sich das hier erledigt mit... Wieso steht dir auch alle hier unten drin, die ihr behindert? Kumpelköpfe. Gott des Willen, Mann, ey. Manche Spieler sind so behindert. Komm. Es steht jetzt halt alles hier unten drin. Das ist total... Ja. Richtige Idioten. Ja, 54 mit 1, hast du schon richtig Damage hier unten drin. Hä? Krasse Scheiße. Wir müssen unbedingt den T-30. Wenn wir eine Chance um den Sieg haben, wollen wir uns nur den T-30 da loswerden. Ja, 450 mit 1. Ich schieb's hier auch wie so ein Mongo. Du schimpst da vorne einfach. Weil ich nicht auf den E-50 drauf kann. Wie, Max? Ja, der habe ich. Nice, Mann. Ey, Mann, das ist so geiles Teamplay mit dir. Ich könnte ausrasten, wirklich. Was sagst du, was du von mir willst? Hast du nur schon zwei. Oh, jetzt muss ich hier weg. Aber lass uns einfach zurückfahren und alles gut sein lassen. Das hab ich ja schon die ganze Zeit gesagt. Der T-30 ist jetzt tot. Ja, ja, ja. Den konnte ich rausnehmen. Aber lass uns einfach hierbleiben. Wir haben ja jetzt noch ein Team, man. Die sollen den Rest jetzt hier regeln. Hab ich jetzt auch keinen Bock mehr noch zu sterben. Der kann nicht highrollen, wenn er Pech hat. Also gut, Mann. Ja, ich muss halt wieder den ganzen Berghang runterrutschen. Huh, Leute, das war... Lief, lief. Okay, man muss nicht sterben, bitte. Wenn du tot bist, dann weiß ich nicht mehr, was ich hier machen soll. Pull-HP E-75, genau. Haben wir alles noch im Angebot. Ja, schön. Ja, schön. Er schießt nicht auf mich. Er schießt gar nicht auf mich. Was war da los? Er hat U-M gesehen wieder. Er hat meine Angst gespürt. Und dachte sich... Macht nix. Macht nix, ey. Mord, was machst du denn? Uns dranlassen, was macht er. Das war wieder so eine unbefriedigende Runde, weißt du? Der ging nicht, Mann. Das war doch mal... Das hat euch doch bestimmt auch Spaß gemacht, oder? Das war doch bestimmt spannend, Leute. Guck mal, wir sind hier mit Waffenbrüdern rausgegangen aus der Schose. Ich habe kaum noch AP-Munition übrig. Das war doch bestimmt cool anzuschauen. Da können wir eigentlich auch ein Highlight setzen. Wo war das jetzt? Bei 11.09. Wipeout, nenn ich das. Wipeout. Ich hatte ja jetzt gelacht... Ich hatte ja jetzt gelacht, wenn der Tima mit so einem verfluchten Snapshot mich da noch rausgeklatscht hätte. Sowas regt mich dann auf. Wieso regt dich das auf? Es war eine supergeile Runde. Weil mich das aufregt. Weil mich sonst in meinem Leben nichts aufregt. Ja, superrunde. Wir sind mega ausgerastet, Mann. Wir haben ja zu zweit einfach alles weggefrühstückt. Und das, obwohl ich diesem 1T54-Mod dann eine fette Schelle gegeben habe. Mich hat es einfach nur gestört, dass die dann von drei Seiten gekommen sind. Ja, sei froh, dass es nicht vier war. mit vielen seiten hätten wir glaube ich nicht geschafft und nach einem angriff von drei seiten hatte ich noch 400 irgendwas mit diesem tank ich muss ganz kurz hallo die waldfäser ganz schön nerven aufreiben ach so wolltest du noch mal ich kann glaube ich vielleicht habe ich es noch